Kinder bedeuten für mich alles. Also wenn sie einen anstrahlen oder anlächeln, das ist unbezahlbar. Mein Kleiner ist mit einer Halbten in die Kita gegangen, weil ich wieder angefangen habe zum Arbeiten und das was der Kindergarten oder die Kita den Kindern bietet, das kann man seinen allein nicht daheim gar nicht ermöglichen. Vom Kinderstipendium habe ich schon gehört. Das war ja das Wahlversprechen von Peter Kaiser, das was er jetzt schon zum Teil umgesetzt hat, was wirklich sehr positiv ist. Bei mir ist es eine Erleichterung von 70 Euro im Monat und das ist aufs Jahr gerechnet 840 Euro und das ist wirklich eine Menge. Peter Kaiser ist absolut auf einem richtigen Weg, dass er Kärnten zum kinderfreundlichsten Land macht und ich muss sagen, das mit dem Kinderstipendium, das ist wirklich eine totale Hilfe. Mir sind ganz besonders die Werte wichtig, dass alle Menschen gleich sind, egal was für eine Rasse, was für eine Hautfarbe, es zahlt jeder gleich viel und das ist auch das Wichtigste. Ich bin die Strodeln Koll, bin 32 Jahre alt, habe zwei kleine Kinder, der Luis mit vier Monaten und die Milla mit zweieinhalb Jahren und bin glückliche Mama.